Ja, ich bin Jana von Lemonade und wir sitzen im Camp Utopia mitten auf dem Meld-Festival. Hier wird den Festivalbesuchern Thema Nachhaltigkeit auf spielerische Art und Weise nähergebracht. Also, ich bin der Robin und ich bin der Gründer von Vino Kilo und Vino Kilo ist eine Pop-Up-Event-Reihe. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit einfach Secondhand-Kleidung ein neues Leben geben. Ich bin Tanja von den Culinary Misfits. Culinary Misfits ist eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung und für gute Esskultur. Ich bin Marvin und ich mache mit dem Körperfunk-Kollektiv ein Radioballett. Hallo, ich bin Robben und ich mache den Sola Soundsystem im Camp Utopia-Kleidung von Lemonade. Ich bin Robben und ich mache mit dem Körperfunk-Kleidung von Lemonade.